Ja? Nee, nee, oder? Ach, gucke mal! Es ist doch der Spieler, der die Geräusche macht. Ich fass es nicht. Hm, nicht schlecht, hätte ich nicht vermutet. Na gut, damit kann ich leben. Das geht. Ach, endlich. Genau, hier haben wir rausgebastelt. Dann haben wir hier den Glasübergang gehabt. Loh! Und dann sind wir hier zu dieser Insel sozusagen vorgefahren. Ich hoffe, das habe ich mit euch gemacht. Ich weiß es nicht. Dann ging es hier rascharf um die Ecke. Oh. Und dann waren wir hier. Hier war nämlich ein Dungeon. Was mit dem Spawner passiert ist, weiß ich leider nicht. So, und dann waren wir hier außen in der Welt der Sterblichen. Aber ich bin allmächtig. Seht ihr, hier ist die Schnittkante. Da ist, glaube ich, die Insel, die wir noch bauen müssen. Und hier irgendwie, ich wollte, glaube ich, hier oben rein. Oder hier unten irgendwo, keine Ahnung. Irgendwo hier wollte ich einen Bahnhof bauen. Und dann, ich wollte eigentlich dieses ganze Ding, das gesamte Ding in einen Bahnhof verwandeln. Also es wird auch so ein großes Mammutprojekt, was wir dann vorhaben. Aber ich denke, es lohnt sich. So, komm. Auf die Schiene. Und jetzt. Und zurück. Hui. Hui. Und los geht's. Ach, da fehlt noch Wolle, ne, Grüne? Okay, muss ich nur. Müssen wir uns noch merken. So. Let's driving back. Gut, dann rattern wir mal zurück. Da, 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 da. Da, 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 da. Habt ihr noch Ideen, was ich bauen könnte? Schäfchen. Meine. Irgendwelche Farmingideen. Irgendeine neue Farm. Irgendwas automatisiertes. irgendwas Lustiges. Erzählt mir was. Das wäre natürlich gut. Also, das würde mir helfen. Aber dann habe ich nämlich Ideen von euch. Und dann kann ich gleich was basteln. Und hier wollte ich einen Durchgang nach hinten bauen. Genau. Und wo das hinführt, weiß ich auch noch nicht. Dafür habe ich noch nichts. Ja, wer will den Linsen, kleine Schäfchen? Wer will den... Ups. Wer will den Linsen? Ja, wer will den gucken? Wer will gucken? Ja, du willst gucken. Ja, du willst gucken. Oh Gott. Das Schie macht mir Angst. Hilfe. Gut, dann haben wir uns hier auch alles angesehen. Das ist ja schon mal schön. Haben wir das alles auch? So, habe ich jetzt eigentlich Hähnchenstücke, also Hähnchen an sich, auch da? Oder? Das ist doch nur... Das möchte ich jetzt mal wissen. Ob ich nur Hähnchenstücke in dem Ding habe oder auch normale. Nee, ich habe kein Hähnchen, ne? Also, das, was aus dem Ding rauskommt, Hähnchen, finde ich hier nicht. Müsste ja eigentlich kommen. Nicht nur Eier. Eier kommen ja aus der anderen Farm. Ich meine... Federn und Dings. Die kommen ja aus der Chickenfahne. Die müssen dann... Wieso sind die denn nicht hier? Die Trichtern sind die auch nicht. Hm. Okay. Das ist ein Problem, den müssten wir uns mal anwenden. Nicht, dass die ganzen Items doch irgendwie kaputt gehen. Aber das macht keinen Sinn, weil die anderen von der Erntemaschine kommen ja auch an. Oder vielleicht ist der Weg zu lang und auf dem Weg hier runter irgendwie spawnen die sozusagen schon. Aber ich weiß nicht, kann man die irgendwie... Wir müssten die vielleicht auf so einer Zwischenstation einfangen und plopp wieder auspocken, ne? Also quasi mit dem Trichter einfangen und dann wieder ausploppen, damit das halbwegs passt. Das wäre eine Möglichkeit. Hm, na gut. Müssen wir mal gucken. Ich denke, das machen wir nächstes Mal, damit das Hähnchen nach unten ankommt, weil dann hat es ja sozusagen eine neue Spawnzeit. Und ja, ja. Äh, so. Ein letzter Anblick auf das Dorf. Inklusive dem schwebenden Bild des Rathauses. Junk Loading. So, Freunde. Wir gehen schlafen. Ich kann nicht nur nachts schlafen. Ich kann auch tagschlafen, wenn ich will, du Arsch. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal die ersten Folgen drinne. Die haben wir nichts gemacht haben im Endeffekt. Naja, was heißt nichts? Sie haben alles ein bisschen aufgebaut und so. Ist ja auch schon mal etwas, muss man ja sagen. Ist immerhin etwas. Dann wird die Folge jetzt, glaube ich, auch um 5 Minuten länger. Ist doch auch schon mal was Gutes. Oder schaffe ich es noch 5 Minuten, was Sinnvolles zu machen? Schaffe ich es, 5 Minuten was Sinnvolles zu machen? Warte, ich kann ja nochmal ins Lager gehen. Okay, wie gesagt. Wenn ihr Bauideen habt, die ich mache, ihr kommt in die Galerie. Also, es lohnt sich. Ihr werdet verewigt. Das ist Zombieschaf. Äh, Zombieschwein. War ein Schwein, ne? War das ein Schwein? Doch, war ein Schwein. Irgendwas war's. Das Zombiegedöns geht mir auch langsam auf die Nerven. Ja, hier Brauzeugs, ne? Was damit ist, das müsst ihr mir auch nochmal sagen. Das ist ja, das ist... Ich finde es mysteriös. Weil ich bin der Meinung, ich hatte sowas mal. Hm. So, Netaquarz will ich mir auch besorgen. Unbedingt. Wir müssen unbedingt langsam mal in die Hölle gehen. Sandstein haben wir, Eier haben wir gar keine mehr. Ich muss mir alle Rezepte... Ich glaube, ich muss das Minecraft-Wiki heute Abend nochmal so ein bisschen studieren. Macht man Bücher... Bäh. Macht man Bücher immer noch mit Leder? Schreibt mir das mal rein. Weil wenn ja, hole ich mir wieder diesen Bücher-Mod. Weil, das ist so Katzen. Genau, hier haben wir so einen Plopper und wir haben sogar so einen Trichter. Also würde das passen? Werfer. Oh, alles deutsch. Werfer. Hä, Hä. Verraudertes Fleisch. Oh, unsere Hundis könnten wir mal füttern. Ich glaube, die haben ja nach einem Jahr... Sind nach einem Jahr noch Leben. Ne, nach einem Jahr... Ihr habt ihr Hunger, meine kleinen Freunde. Meine kleinen Lebensretter. Plumm, 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 plumm. Plumm, 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 plumm. Und jetzt macht ihr beide mal Kinder. Los, ich will ein Welpen. Ja. Jetzt machst du Sitz, jetzt machst du Sitz. Wo ist Kindi-Welpe? Mach Sitz. Oh, ist das süß. Guckt in das Auge von dem kleinen Baby. Oh, Knuffi. Hallo, Knuffi. Hallo. Ja. Och Gottchen. Och Gottchen. Ich war ihm gleich. Die sind so knuffig. Oh, einer von euch wird heute ungepaart bleiben. Blöd. So, du kriegst Fuddy. Du kriegst Fuddy. Und jetzt... Let's live. Bom, bom. Sitz. Sitz. Sitz, Baby. Sitz, Baby. Gut, das weiß ich aber nicht, ob... Okay, du. Und du, ne? Gut. Und jetzt... Lauf. Lauf. Let's make it, Liebe. Let's make it, Liebe. Äh... Sitz, Sitz. Welpe? Sitz. Hihi. Ey, kommt ja mal wieder runter hier. Ich schubs euch wieder runter. Ihr seid ja alles ein bisschen fehl am Platz. Geht alle wieder in die Ecke. Geh ins Eck. Geh ins Eck, du. Kleiner Faschist. Ey, was sitzt du hier oben? Hab ich dir erlaubt, hier oben zu sitzen? So, aber ich glaube, du warst auch der, der noch Hunger hat, ne? Ups. Okay, du hast schon. Du bist jetzt glücklich. Aber du sollst sitzen. Du willst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Oder? Doch. Kleinen wollen auch was fressen. Cool. Die können sich nur durchpaaren. So. 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 Welp in Station. So, du musst leider ungepaart bleiben, mein kleiner Freund. Cool. Ah, Kaktus in der Kaktus Farm. Ich sehe mal einen. Oh, der ist nur ein bisschen wird gedroppt. Hehe. Können wir gleich zurückbringen. Ein einsamer Kaktus auf dem Weg ins Leben. Oh, ich liebe Welpen. So. Ich schweif ja nicht von Thema zu Thema. Ne, ich hab ja alles System. Alles System. Ich dachte, ich bin eingerostet. Unsinn labern und hinterher ver... Und hinterher vergessen. Was kann ich auch noch? Guck mal, der Kaktus hat auch so eine scheiß Textur. Hörsam mal, wir müssen nochmal ran. Ihr habt ihn gegrüßt, ne? Ist gut so. So, das kann zurück in die Mob-Kiste. Haben wir schon mal etwas. Warte, jetzt hab ich in der Mob-Kiste wieder Platz. Hab ich hier was wie... Ja, guck mal. Knochen können ja wieder zurück in die Mob-Kiste. Babadam. Dadadadam. Dadadadam. Na, ein paar mehr. Ja. Ein paar mehr Knochen gehen da noch. So. Alles auffüllen. Bis aufs letzte Blut. Okay, das war's. Das Hunde keine Knochen fressen. Gruselig. So. Boah, die Musik klingt kaputt. So, gut. Boah, wie weit sind wir jetzt gekommen? Äh, 28. Ja, super. Geht doch. Ich folge die Folge 8 Minuten lang. Nee, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was wir demnächst so machen. Also wir werden auf jeden Fall... Oh ja, ich weiß nicht. Von euch hätte ich gerne ein paar Farming-Vorschläge. Ich hab ja einiges verpasst. Könnt mir auch mal so erzählen, was es alles Neues gibt. Ich werde mich auch ein bisschen informieren, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht verpasse ich was. Ich werde mich mal ein bisschen Minecraft-schlau wieder machen. Damit wir das alles auch wieder hinbekommen. Äh, und ja. Gibt's noch was zu sagen? Hm. Ich glaube nicht. Hm, eventuell doch. Ähm. Auf jeden Fall werden wir da ein bisschen arbeiten. Am Dorf. Wir werden auf jeden Fall wieder handeln, um ein paar Diamantsachen zu kriegen und so. Äh, wir werden das nächste Mal mit Monstern spielen. Am Bahnhof müssen wir weiter bauen. Aber wir werden auch noch den Zwischenbahnhof bei dem Dorf bauen. Guck mal, da können wir die... Da können wir die Rechte nehmen. Eine neue Eisenbahnroute ins Dorf. Und dann bauen wir da... Ja. Dann bauen wir mitten... Ja. Das ist doch... Doch, das ist eine gute Idee. Das machen wir. Dann bauen wir jetzt eine Eisenbahnroute ins Dorf. Das ist ganz gut. Und ja. Dann haben wir das auch. Also Eisenbahnroute da. Wir müssen noch das Treibhaus wieder auffüllen mit Weizen, weil der ist ja alles... Puff weg. Ich gucke eben nach den NPCs, was die so anstellen. Und ja. Gut, dann haben wir das. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Aufnahme. Also, dass ihr zugeguckt habt. Hat mir Spaß gemacht, wieder zu spielen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächstes Mal in der nächsten Runde. Wenn es wieder heißt, let's play Minecraft mit mir und wir einfach wieder nur Unsinn bauen. Ja. Also. Bis dann. Tschüss.